So, herzlich willkommen zum zweiten Let's Play von Bart Spencer und Terrence Hill, Slats & Beans. Nicht der Irre-Vieren-Lafs, weil die Zeit jetzt ein bisschen kürzer ist, weil er hat man schon schon passiert. Wir haben doch mal noch einiges gemacht, weil wir dann keinen Bug haben. Ja, und jetzt geht's natürlich weiter. Ab zum zu. Jetzt sind wir richtig, ja. Ja, genau. Hey, vorhin haben wir einen Bug gehabt, da haben wir auch immer den alten Spielstand gehabt. Mhm. Na. Hey, ja, Autsch. Ja, klar. Die bewerfen uns erst mal fest. Autsch. Das finde ich ja überhaupt nicht nett. Das finde ich überhaupt nicht nett. Autsch. Weil sich noch nicht verliegen... Ah, wir werden das umgestoßen, oder? Ich hoffe, wir werden so was sagen. Also der ist nochmal schon nicht verliegen. Es kann man nicht verliegen. Wie man sagt. Man sagt. Er ist aber schon nicht verliegen. Wie man schon nicht verliegen kann. Kann ich mir so ein paar durchleicht? Haha. Im Gegenteil zu Terrence Hill. Der ist einfach... Kommst du alleine hier? Ne, da ist noch ein... Noch ein weiterer Erfolg. Noch ein Kollege. Hey, lass dich mal hier in die Mitte fahren. Oh, Gefahr. Wo soll ich hier die Dinge... Diese Brücken? Ja. Ja, der sieht aus, als hätte ein Kumpel rum. Ja, aber das ist ja irgendwie... Boing! Den hat's umgehauen. Den einen. Den einen hat's umgehauen. Ja. Oh, hello, Dan. Rising Tiger Blade. Guck mal, die haben... Zu spät. Die hatten die nicht schon so geschmeckt. Wenn er zu sicher gibt, war ein. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ist er diesmal später noch? Nee, wenn er es erwischt hätte, dann habe ich schon auf dem Bildschirm geklatscht. Wenn das Römer wäre, dann würde ich wenigstens noch einen neuen Charme haben. Na, Sharon? Er gibt dich. Warum? Im Namen des Gesetzes. Nicht nur schnell! Feuer frei! Oh Salah! Denner! Was habt ihr für eine Flachdier? Schwarzfarbe? Ja, Schwarzfarbe aufziehen! Ich schiebe meinen Gegner zu dir. Nein, du musst dabei! So! Ne! Jetzt kannst du das machen! Hier fängt es fest! Also, der ist sehr klar. Erstmal drei! Erstmal drei! Erstmal drei! Erstmal drei! So! Jetzt kann ich den Tickel! Ding! Oh! Oh! Das ist echt nicht! Das ist das Exklusives! Ja! Das ist das Exklusives war dann! Ja! 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 Und ich dachte, das semester wäre noch nicht! Na komm her! Ding! 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 Hä? Klingt das so? Ne! Warte! 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 Was stehst du mit dem Schuh? Ich schmeiß doch der Brenner halt weg! Warte! Ich schmeiß dieses Brenner halt weg! Tut ihn mal wieder auf dem Dach! Oh! Jetzt sind wir noch Schuh zur Reihe wieder! Weg! Ach, das ist wieder schon da! Ja! Alle erwischt! Das ist der volle Schabonkanz! Was? Ey! Warte bitte! Warte auf mich! Das ist ja das Luxus-Daustellen hier! Da kam niemand mit dem Auto drinnen! Ach! Da hat jemand den Mund mit seiner Katzenkorn verliebt! Beeeey! Beeeey! Mach mal wieder länger! Mache mal wieder länger! Guck, guck, guck! Beiepho Tati! Ja! Weitere nicht! Ne! Weitere nicht! Das ist richtig zu schlau, aber wir kamen ganz besser nicht so richtig, wie das am Kappen mit den Dinger an. Ja klar! Die ist wie hüttet Ninja-Tunnel! Ja, dabei! Die ist wie hüttet Ninja-Tunnel! Ja, klar! Auf mich stand der Keile! Oh, das sieht doch schon besser aus! Wie sieht es am besten aus? Wo ist denn da? Ja! Hier ist schon wieder eine Funktion rein! Wie meins! Ding! Bauch! Ah, wenn jemand befreit ist und kalt ist, dann... Dann kann ich den Boxsprung machen! ... 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